Ja, ähm, Leute, sorry, es ist umgefallen und dann hat es irgendwie beendet. Okay, Leute, wenn ihr jetzt das schöne Auto seht, dann werdet nicht neidisch. Hä? Das Auto hängt Olli, du Trottel? Komm, auf die andere Seite! Ja, I'm coming, I'm coming. So? Aber Löwe passt eigentlich gar nicht zu diesem Pferd. Jetzt bin ich scheiße. Äh, wieso bramst du? Also, was ist nun? Du weißt, bramst, das ist alles. Wo muss ich... Aha, auch schon wieder dieser... Ja! Gut. Du kannst auch einfach auf die Karte dann langsam... Okay. Du, Mann, ich hatte diese Acht zum Teufel. Und jetzt hast du den Abfall einmal unter dem Pferd umgeschwissen. Ja, ähm, Leute. Ihr werdet mich wahrscheinlich in den... Hör mal auf! In den nächsten drei Wochen Husten hören, wenn ihr Videos mal macht. Ähm, ähm, ähm. Weil ich hab den Husten. Ähm, eigentlich doch mal. Du kriegst schon mal 65 Schilliger. Äh, zum Grünen. Okay, ähm, wo ist der Dumme gewinnen? Punkt. Oh, schau mal da, Spirit! Ey, das ist mein... Geh zu Spirit! Der gibt dir einen Auftrag. Das ist das braune Pferd. Aha, das ist aber... Ein Liebestimm. Komm, komm! Ähm, ja, aber papp ich nicht mehr auf. Das musst du nicht lesen. Okay, ähm, wenn ich hier... Was? Du musst jetzt irgendeinen Ort suchen. Okay. So, ihr Lieben, wir suchen jetzt mal kurz den Ort. Und dann sehen wir uns wieder. Hey, lassen Sie... Lassen Sie mich drauf. Pause, drück. Mhm. Und ich check mich. Ja. Dieser Ort findet an einem komischen Ding statt, in dem ich nicht beteiligt bin. Nur hier sein. Du musst dich da langsam abschliessen. Zum Ebenen kommen. Ja, gerade. Was? Ich kann mir ja noch... Aha, das ist ein Kohl. Ach, scheiße. Du kannst nicht kumpeln. Ach, scheiße. Ach, scheiße. Sie hat das Blöden daran. Ach, scheiße. Ich nehme nicht auf. Ich habe ja gesehen, dass es das Blöden daran ist. Also, also... Doch! Lino, ich nehme die ganze Zeit auf. азывaste. Sie sind peinlich. Gell? Ne? Hallo, wie finde ich heute zum grünen Punkt? Kühnen? Kühnen?! Was ist für ein Tim und Struppi? Okay, das ist glaube ich das dümmste Video, das ich jemals aufgenommen habe. Immer, was ist für ein Tim und Struppi? Kommen wir mal dahin! Blah, blah, blah! Ja, okay. Das war's mit dem Dummen-Video. Das war's mit dem Dummen-Video, habe ich jetzt gerade gesagt. Also, tschau Bello, ich habe kein Problem. Das war's mit dem Dummen-Video. Wieso muss ich denn auch mit mir alles sagen? Tschüss!